Da gab es Überraschungen, denn Patricia Stalzane, die hat sich auf die 1 gesetzt nach den Heats, also nach den Vorläufen. Da war sie Erster und dann kam sie im ersten Rennen am heutigen Vormittag nicht zurecht, startet dementsprechend von weit hinten. Auch der favorisierte David Brinkmann muss vom letzten Platz ins Rennen gehen, ebenso wie Max Wering, der kommt von Position 21. Also einige Favoriten, weit hinten Emil Dose, er hat die Pole Position erreicht, hatte die schnellste Runde im Zeitraining, auch er nur auf Rang 17. Also hier ist alles drinnen, wir werden gleich zu unserem Kollegen Björn Niemann vom Kart-Magazin runtergeben. Und er wird versuchen, einige O-Töne einzufangen von den Fahrern und wir werden mit ihm zusammen dann die Startaufstellung durchgehen, alle 25 Fahrer. Wir können festhalten, dass Max Tüben das erste Rennen für sich hat, entscheiden können, mit einem unglaublichen Rennen im Nassen noch, also da war die Strecke noch richtig nass. Auf 1 gefahren, mit großem Vorsprung, 8, 9 Sekunden waren es dann auf den Zweitplatzierten, auf Max Hesse, der deutsche Pilot mit der Startnummer 109, ist der stärkste verbliebene Pilot hier in der DJKM, bei der KF Junior, bei unseren Junioren. Die beiden Top-Piloten, David und Mick, sind ja gewechselt in die Formel 4 und David Beckmann konnte heute seinen ersten Sieg einfahren in Italien in der Formel 4. Am letzten Wochenende war dann Mick da erfolgreich in der Formel 4 in Deutschland. Also die beiden Junioren extrem stark in Europa unterwegs. Daher Max Hesse mit der Startnummer 109, der bestnotierte Fahrer im Vergleich zum letzten Jahr. Er steht in der ersten Startreihe und wir hatten natürlich tolle Kamerafahrten und die gebührten diesem Mann, den wir jetzt hier im Bild haben. Das ist die 123 und das ist Doreit Gattas. Und der Doreit hat vorne drauf die Kamera, mit der wir die Live-Bilder zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer bringen und an den Rechner bringen. Diese Kamera bringt die HD-Bilder von der Strecke direkt. Das Rennen bei den Junioren dann über 17 Runden. Und jetzt nehmen wir so langsam die Position ein. Um 13.10 Uhr soll es dann losgehen. Die Damen mit Regenschirm, aber es scheint nicht so, als ob es angefangen hätte zu regnen. Allerdings die Gefahr, dass es anfängt zu regnen, ist auf jeden Fall gegeben. Also schwierige Situation für die Mechaniker, schwierige Situation für die Teams hier in Wackersdorf. Wie schon gesagt, das Setup vom Freitag im Regen konnte man am Samstag im Trocknen in die Tonne kloppen. Und die Erfahrungen des Samstags waren am heutigen Vormittag leider auch untauglich. Dementsprechend gab es auch große Überraschungen auf der Strecke, besonders gut zurechtgekommen ist, wie gesagt, da mit Max-Typen. Hier haben wir das Bild von dem Kart on Board vom Doreit Gattas im Livestream. Er steht völlig korrekt am richtigen Startplatz, nämlich auf der 4. Sieht man auch angegeben. Und das ist ungefähr sein Blick aus dem Kart. Im Anschluss an dieses Rennen kommt die Deutsche Schallkartemeisterschaft, die DSKM. Da gab es auch einige Überraschungen, dazu gleich mehr. Aber wir werden mit Peter Bürger einen großartigen Interviewpartner für dieses Rennen haben. Er hat viel zu erzählen. Selber sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen im Kartsport. Und über seine neuen Aufgaben, insbesondere Point Racing, wo ihr sicherlich alle schon mal wart hier an der Strecke, den werden wir gleich bei uns haben. Und mit dem werden wir zusammen das Rennen der DSKM angucken. Wie gesagt, Björn Niemann ist unten auf der Strecke und hat Max Tüben. Bitte, Björn. Ja genau, ich stehe hier bei Sieger Max Tüben. Max, a really good first race on wet condition. Now we have dry condition. Can there be a problem for you? No problem. Do you like the track here or is it not one of your favorite? Yes, it's my favorite. It's your favorite? Okay, thank you very much and good luck. Ja, dann wollen wir direkt weiter zum zweitplatzierten Max Hesse gehen. Max, aufregendes erste Rennen. Gerade am Ende wurde es nochmal spannend. Wie war das für dich? Für mich war es am Ende sehr gut, weil ich ja noch den zweiten Platz machen konnte. Ich habe am Anfang nicht so viel riskiert, weil ich gesehen habe, dass der Band ein bisschen langsamer wurde. Da bin ich hinter Max geblieben und habe versucht einfach dran zu bleiben und am Ende dann noch zu riskieren und es ist aufgegangen. Wie ist jetzt der Plan fürs Rennen? Du stehst ein bisschen auf der feuchteren Linie. Ist das ein Problem oder denkst du, du kannst die trockene Linie in der Kurve nutzen? Ja, es ist sehr schwierig dadurch, dass der Startkorridor nass ist, aber die da drüben die erste Kurve nass haben. Aber ich denke mal, dass die Chancen sehr gut sind, weil es wirklich da viel mehr nasser ist als hier. Alles klar, viel Erfolg. Dankeschön. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Hier ist es nicht gegangen, oder? Nein. Vielen Dank. Kannst du was auch? Das waren Max Tüben und Max Hesse, die beiden Maxe in der ersten Reihe, im Interview. Und Max Tüben hat die Startnummer 133, steht auf dem ersten Platz auf der Pole Position. Aus den Niederlanden kommt er. Und Max Hesse daneben mit der 100 neu, der deutsche Pilot. Das ist also die erste Startreihe. Direkt dahinter haben wir Bent Wieskal, auch einer, den man sicherlich als Favorit nennen kann. Er hat die Startnummer 112 und kommt aus den Niederlanden und ist jetzt beim Interview. Im Interview mit Björn. Bent, wie war das erste Rennen für dich hier in Wackersdorf? Ja, ein bisschen scheiße, aber geht. Warum war es nicht so gut? Ja, es war nicht trocken und im Trocken bin ich ein bisschen schneller wie mit der Nasche. Also bist du jetzt eigentlich glücklich, dass wir keinen Regen mehr haben und wir jetzt hier mit Slicks an den Start gehen? Ja, sehr glücklich. Was rechnest du dir jetzt am Ende so fürs Rennen aus? Ich hoffe, erster zu werden. Okay, was sagt der Schrauber dazu, André? Schafft er den Sieg? Ich gehe davon aus, wir hatten gestern einen sensationellen Speed im letzten Heat und haben schön über das Wochenende das Kart verbessert, ein neues Kart aufgebaut. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ich bin sehr nervös, wird schon klappen. Alles klar, ja, dann euch beiden viel Erfolg. Dankeschön. Das ist also Ben Viskal im Interview und mit ihm in der zweiten Straße, Doreit Gattas. Der hat sich auch durch das Feld gekämpft, kam gut zurecht im Regen und er ist ja unser Kamerakind, sag ich mal. Er hat die Kamera vorne drauf. Dritte Reihe, da haben wir Mats E. Hansen mit der 132 und mit der Nummer 114 Niklas Krütten und der ist jetzt im Interview. Ja, einer der Rookies hier in der DJKM, Niklas Krütten. Super erstes Rennen für dich, oder? Ja, war ganz gut. Und jetzt, wie ist der Plan? Auf trockenen Bedingungen ist nochmal eine Schippe drauflegen? Ja, wir wollen weiter nach vorne. Weiter nach vorne heißt? Top 3. Top 3, alles klar. Dann drücken wir die Daumen. Vielleicht bist du am Ende bester Rookie hier in Wackersdorf. Viel Erfolg. Dankeschön. Weiter mal. Das soweit Niklas Krütten. Eine Reihe weiter hinten in der vierten Reihe. Da steht Luca Lipkau, der wirklich richtig gut unterwegs ist hier in Wackersdorf. Hier aber leider Probleme hatte, aber wirklich sehr, sehr stark ist. Da können wir uns noch viel von erwarten in dem nächsten Rennen. Start Nummer 124, der deutsche Plot. Und neben ihm haben wir Luke Wankmüller, hat die Startnummer 111. Gehen wir in die fünfte Reihe. Dort haben wir Noah Miliel aus Schweden mit der 117. Und Felix Arnold, Startnummer 144. Wir haben den Dänen, Emil Dose. Er hat die Startnummer 134. Und er hat die Pole Position sich erfahren, also das Zeittraining für sich entscheiden konnte. Zwei Punkte dafür bekommen und hat jetzt Zeit für ein Interview. Ja, ich stehe hier beim Pole Sitter, Emil Dose. Ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Emil, es war gestern, ein Tag auf und runter. Du hast die schnellste Zeit in der Qualifikation und dann warst du die letzte Zeit, nach der Heats. Was ist passiert? Ja, ich wurde geflogen. Ich war auf der Insel und der Außenste fuhr in meinen Bumper und ich gehe auf die Wand. Aber jetzt in der ersten Rennen, du kämpfst nach vorne in der ersten Position. Jetzt haben wir auch eine kreisende Konditionen. Du denkst, du kannst jetzt in der Rennen gehen? Ja, sicher. Ich werde mein Bestes machen. Du kannst mein Bestes machen? Was ist dein Ziel? Über die Top-7, Top-10. Okay, gute Glück und vielen Dank. Mit Noah Mielel aus Schweden und Felix Arnold. Arnold mit der 144. Auch sehr stark unterwegs in den freien Trainings, im Zeittraining. Aber auch eher weiter nach hinten durch Probleme. 3-6, Ido Kohn, Israel 135 und Ehren Köse 152 Türkei. Dann haben wir in der siebten Reihe die 130, Dennis Kram, Niederlande und Phil Hill. Schwede mit der Startnummer 120 aus Deutschland. Achte Reihe Axel Bengsten, Schwede, er startet mit der Nummer 118. Und Luke Rasputic, er hat die 127. Ist noch nicht so ganz zufrieden mit seinem Ergebnis, aber er setzt alle Hoffnung in dieses zweite Rennen. Das hat er uns gesagt, da will er weiter nach vorne kommen. Emil Dose, gerade angesprochen, der Däne im Interview bei Björn. 134 seine Nummer. Er steht in der neunten Startreihe neben Kai Schubert. Der hat die Startnummer 113. Yusuf O. Weger, ein deutscher Fahrer mit 131 als Startnummer. Und Isaac Sirqvist aus Schweden 151. Reihe 11 Max Wehring. Das war einer der Fahrer, der gerade eben ganz, ganz vorne mitgefahren ist, auf Sieg gefahren ist. Und dann gab es halt die bekannten Probleme. Dementsprechend steht er in Reihe 11, Startnummer 115. Neben ihm 116. Daniel Fabster aus Schweden. Reihe 12 Nermin Kulakovic aus Deutschland und Patrizia Schilzane und in der letzten Reihe David Brinkmann. Insbesondere Schilzane, Patrizia Stalizane. Sie war auf 1 gestartet, hat sich die 10 Punkte für die besten Fahrer nach den Heats eingesackt. Und dann heute Morgen im Regen mit Problemen, sodass sie ausgeschieden ist. Genauso wie Brinkmann, wäre er auch ausgeschieden. Und dementsprechend starten die beiden von ganz hinten. Beide aber auf jeden Fall mögliche Favoriten. Ja, 1275 Meter ist der Ring hier in Wackersdorf lang. Pro-Card Raceland. Und auf diese Strecke gehen sie jetzt. 17 Runden gehen sie. Haben sie zu gehen. Und ja, wir haben ganz vorne Max Thüben, der im Regen optimal unterwegs war. Neben ihm Hesse. Auch eher stark im Regen. Ja, die Internationale Deutsche Kartenmeisterschaft kann natürlich nur umgesetzt werden mit der Unterstützung von Sponsoren. Unsere Partner 2015 sind sie jetzt im Livestream eingeblendet. Eine Minute noch. Dann starten wir. Dann starten wir in dieses Rennen. Kannst du das mal hoch machen? Ja. von Vega High Technology in Karting Tires. Und jetzt wird es Zeit, dass es losgeht. 13.15 Uhr pünktlich ist der Start. Dann haben wir eine Warm-Up-Runde. Dann kommt die Formation Lab. Und dann gibt es einen Rollenstart über 17 Runden. Die Pace machen vorne Thüben und Hesse. Und dementsprechend gehen sie über Start und Ziel. Jetzt gehen wir in die Warm-Up-Lab. Ein bisschen was zur Theorie gesagt. Wir haben ja immer noch eine nasse Strecke. Hier nochmal für den Livestream eingeblendet. Unten das sind die Fahrer, die Aufstellung. Thüben, Hesse, Wiskal und Gattas. In den ersten beiden Startreihen Hansen und Krütten, Lippkau, Wankmüller in den Reihen 3 und 4. Und die weiteren Positionen sehen Sie jetzt unten eingeblendet. Wir haben ja die Ideallinie, die trocken ist. Aber direkt nach dem Start, wir werden das gleich mal sehen. Direkt nach dem Start ist ein Bereich, wo die Ideallinie sicherlich trocken ist. Aber beim Start müssen die Fahrer natürlich dann auch in das Nasse hinein. Vielleicht können wir das gleich mal sehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da zu starten und Vollgas zu geben. Startreihen 11, 12. Ja, also das ist die Schwierigkeit sicherlich am Start. Das Außenmikro ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu laut. Vielleicht können wir das nochmal nachregeln. Am Start dann ganz bestimmt die Schwierigkeit, wenn ich auf der rechten Seite stehe. Dann muss ich irgendwie durchs Nasse, weil ich ja nicht auf die Ideallinie komme. Und da bestehen sicherlich einige Probleme für die Fahrer. Da sind richtige Pfützen noch auf in diesem Bereich. Vielleicht können wir es gleich mal sehen. Ja, rollender Start. Die Pace macht die 133. Das ist Max Typen. Und neben ihm Max Hesse mit der 109. Die beiden sind dafür verantwortlich, das Feld hier über Start und Ziel zu führen. Das Rennen kann jetzt begonnen werden. Und es wird freigegeben. Beide Maxes sind gut weggekommen. Startsieg für Max Typen. Max Hesse ist aber dran. Also der erste und der zweite sind gut durchgekommen durch den nassen Bereich. Und haben jetzt mit Max Typen und der Startnummer 133 den Führenden. Dahinter Hesse mit der 109. Und mit der 112. Bent Wieskal auf dem dritten Rang. Das ist auch der Eindruck vom letzten Rennen gewesen, dass das die drei stärksten sind. Dorit Gattas ist unglaublich weit nach vorne gekommen. Und Lippkau mit der 124 noch interessant. Und sicherlich auch Stalziane und Brinkmann. All bei diesen Fahrern die möglichen Favoriten auf den Sieg sind. Typen vor Hesse. Niklas Krütten mit der 114 ist nach vorne gekommen. Also von 6 auf 3. Dann Dorit Gattas. Dann Lippkau. Hansen Wieskal auf 7. Arnold auf 8. Langt nur noch auf 9. Emil Durse auf 10. Wir gucken mal, wo haben wir die Fahrer, die wir gerade angesprochen haben. Max Wering ist 20. David Brinkmann ist 15. Also da super nach vorne gekommen. Da geht was bei den beiden. In Führung haben wir Max Typen gehabt. Jetzt wollen wir mal gucken auf die Strecke. Wenn wir jetzt wieder in den Livestream reingehen. ob Hesse hat vorbeigehen können. Und so ist es. Max Hesse auf 1. Typen ist 2. Krütten ist 3. Gattas auf 4. Lippkau auf 5. Wankmüller auf 6. Wieskal 7. Arnold 8. Hansen 9. Dose 10. Und Hesse kann sich ein wenig absetzen von seinen Verfolgern. von dem Hauptfeld. Die sind eng beieinander. Also das ist nicht so wie bei manch anderen Rennen, wo doch das Feld schon frühzeitig weit auseinandergezogen ist. Alle eng beieinander. Typen weiter auf den 2. Rang. Nur Hesse kann sich da vorne behaupten. Kann frei auffahren. Kann seine Linie selbst wählen. Bewusst wählen. Und dementsprechend Angriff da jetzt auf den 2. Platz von Niklas Krütten auf Max Typen. Hesse bombastisch unterwegs. Dahinter sehen wir den Zweikampf der beiden. Da haben wir den Zweikampf um den 2. Platz. Luca Lippkau war es, der an Typen vorbeigegangen ist. Niklas Krütten haben wir verloren. Jetzt bleiben wir mal im Livestream dabei. Aber das Manöver gerade um Platz 2. Das ist Hesse. Dahinter das ist Lippkau. Dann mit der 133. Das ist Typen. Und dann haben wir Doreit Gattas und Luke Wankmüller. Das sind die ersten 5 Positionen hier im Rennen. Und Hesse hat mittlerweile 1,5 Sekunden Vorschwung. Ein Crash. Und da gibt es Diskussionen auf der Strecke. Ein Crash. Und der war im Bereich des Mittelfeldes. Ne, es war schon weiter vorne. Es war Arnold, Emil Dose. Die waren daran beteiligt. Max Typen war mittendrin. Doreit Gattas war dabei. Emil Dose war dabei. Die Start-Uber 134 ist sogar raus. Emil Dose hat ein ganz schweres Wochenende. Er war der Schnellste im Zeittraining. Und jetzt dieser Unfall, den wir gesehen haben. Luca Lippkau gerade eben die schnellste Runde. Zwei Deutsche vorne. Luca Lippkau für R&W Motorsport. Und Max Hesse ist jetzt auf 1. Neue schnellste Runde allerdings hier in Runde 4. Die kommen von Luca Lippkau. Und wir sind gespannt, ob wir gleich nochmal eine Slowmotion bekommen. Von dem, was da passiert ist. Wir haben gesehen, dass auf jeden Fall Dose-Typen Gattas und Hansen darin verwickelt waren. In dieser Kollision. Die ersten beiden dementsprechend jetzt abgesetzt. Hesse und Lippkau vorne weg. Hesse hat 6 Zehntel Vorsprung. Und Lippkau hat insgesamt über 2 Sekunden Vorsprung. Da sehen wir es. 0,64. Er verliert. Hesse verliert auf Lippkau. Der, wie gesagt, schon extrem gut hier unterwegs ist in Wackersdorf. Und er kommt jetzt Hesse immer näher. Da sehen wir es. 1,76 Sekunden in Runde 3. Eine Sekunde in Runde 4. Und jetzt 6 Zehntel in Runde 5. Und wenn es so weiter geht, kommt er dann auch in Schlagdistanz kurz. Und bleiben wir mal hier bei den Beinen. Dahinter der Zweikampf zwischen Wankmüller und Arnold. Und da ist der Angriff von Lippkau. 4 Deutsche vorne. Und Max Hesse muss Luka Lippkau jetzt passieren lassen. Luka Lippkau auf 1. Hat sich natürlich an den Zeiten angedeutet. Lippkau fährt jetzt eine 54,3. Und Hesse eine 55,3. Das ist natürlich die Entscheidung, dass er da vorbeigehen konnte. Dahinter haben wir Wankmüller gegen Felix Arnold. Das ist der Kampf um Platz 3. Hier nochmal die beiden Führenden. Dann vorne der Fahrer mit der Startnummer 111. Das ist Wankmüller. Und dahinter die 144. Das ist Felix Arnold. Und hier sieht man, dass Max Hesse auch verliert gegen Wankmüller. Runde 4,3 Sekunden. Runde 5,288. Runde 6 noch 1,86 sein Vorsprung. Also die Jungs kommen dem Max Hesse da auch immer näher. Und man sieht auch, dass sich vorne jetzt Luka Lippkau doch schon deutlich absetzen kann. Also Luka Lippkau fährt ein bombastisches Rennen und holt innerhalb von zwei Runden, wenn wir es jetzt richtig sehen, nahezu zwei Sekunden raus auf Max Hesse. Genau, so ist es. Neue schnellste Runde jetzt von Felix Arnold auf den dritten Rang. Arnold ist die 144, die jetzt vorbeigegangen ist. Und der macht Druck auf Max Hesse. 53,7 von Arnold, 54,8 von Max Hesse. Eine Sekunde wieder abgeknabbert. Wankmüller ist auf 4 und auf 5, das müssen wir erwähnen. Der kommt von 25 auf 5 nach vorne gefahren. David Brinkmann und das in sieben Runden. Bombastische Leistung von dem jungen deutschen Piloten. Er fährt eine 54,0. Ist dann auch auf dem Weg Richtung Wankmüller. Rückstand noch viereinhalb Sekunden, aber es sind ja noch über zehn Runden und er fährt jede Runde rund fünf bis sieben Zehntel besser. Wir sehen, Max Hesse gerät jetzt unter Druck. Vorne, da ist Lippkau. Aber Hesse jetzt unter Druck und von hinten kommt die 144. Das ist Felix Arnold. Und da haben wir schon Brinkmann mit der 122 im Bild. Aber bleiben wir bei dem Kampf um den zweiten Platz. Luka Lippkau, Max Hesse ist nicht mehr der zweite. Das ist Felix Arnold. Hier die Einblendung ist nicht korrekt, denn er ist schon vorbeigegangen. Felix Arnold ist auf dem zweiten Rang und Max Hesse ist auf Rang 3 zurück. Lippkau, Arnold, Hesse, Wankmüller, Brinkmann, fünf Deutsche auf den ersten fünf Positionen. Und die haben wir jetzt hier schön im Bild. Eins, zwei, drei, vier. Und dann hinten dran. David Brinkmann für das KSM Racing Team mit der Startnummer 122 unterwegs. Was für eine fantastische Leistung von ihm. Von Platz 25 auf Platz 5 nach vorne gefahren. Überragend. Also Fünfter. Und er hat auf den ersten nur sieben Sekunden Rückstand. Also da haben wir eine außerordentliche Leistung. Aber auch Lippkau sehr stark unterwegs. Der Luca ist gekommen von Position 7 auf 1. Und jetzt dreht sich Luca Lippkau um, denn er merkt hinter ihm, da taugt Felix Arnold auf. Und der macht richtig Druck. Felix Arnold in den Zeit-Trainings extrem stark unterwegs. Dann mit kleineren Problemen musste von der Position 10 ins Rennen gehen hier. Aber der fährt jetzt auch auf. Lippkau auf. Das sind nur noch zwei Zehntel. Da sieht man, er ist direkt dran. Dahinter Hesse. Und jetzt legt er sich ihn zurecht. Und hat es gerade gesehen, er zuckt raus. Ist so langsam in Schlagdistanz. Max Hesse gerade eben schnell zur Runde gefahren. 53,2. Der kämpft sich in das Rennen auch zurück. Das sieht man vorne. Jetzt ein Dreierpack aus Lippkau, Arnold und Hesse. Und die Frage ist, kommt der Angriff von Felix Arnold auf Luca Lippkau? Er ist jetzt in Schlagdistanz. Noch kein Angriff. Und dahinter lauert Hesse. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, ob Hesse versuchen wird, dann in den Überholvorgang einzugreifen. Da ist der Überholvorgang und da ist der Konter. Kurz war ja da vorbei. Felix Arnold, aber der Konter von Luca Lippkau. Und das war eben der Punkt für Hesse. Aber er kam nicht in die Innenseite rein. Jetzt ganz nah dran. Er hat den Überschuss. Felix Arnold hat den Geschwindigkeitsüberschuss und wird jetzt wieder versuchen anzugreifen. Auf Platz 4 Luke Wang Müller weiter, auf 5 weiter David Brinkmann. Und sie machen da richtig tollen Motorsport hier, die Junioren. Zwischen 13 und 15 Jahre sind sie ja alt. Und haben ein Maximalspeed von 140 kmh und jetzt sind wir gespannt, ob er vorbeigeht. Halten das im Auge. Lippkau führt knapp vor Arnold. Da ist der Angriff. Und jetzt wieder der Konter. Wieder der Konter von Lippkau, der seine erste Position behält. Hesse ist dritter. Wank Müller auf 4, Brinkmann auf 5, Bent Wieskal 6. Stalzane, die vorhin im Regen Probleme hatte, hat sich auch durch Feld gekämpft. Von 24 auf 7. Mille 8, Kramp 9. Krütten 10, Zirkquist auf 11, Pfebster auf 12. Das die ersten Positionen. Die weiteren sehen Sie hier eingeblendet. Wering ist 13. Aber vorne, da wird richtig guter Motorsport geboten von unseren Junioren. Wir haben vorne Luca Lippkau. Dahinter Felix Arnold und Max Hesse. Der wird auch immer schneller jetzt. Also das Kart ist jetzt in perfekter Condition. Und hinten dran Luke Wank Müller. Der liegt aber rund eine Sekunde. Dahinter kann er sich nicht direkt eingreifen. Aber liegt auf einem fantastischen 4. Platz. Brinkmann weiter auf 5. Stalzane hat sich jetzt rangefahren. Ist mittlerweile auf Rang 6 nach vorne gekommen. Aber zwischenzeitlich wieder auf 8 zurückgefallen. Ja sieht man, Luke Wank Müller kommt auch näher. Ist klar, Hesse könnte schneller fahren. Und durch diesen Positionskampf, den Blick nach hinten, da verliert er ein bisschen Zeit. Aber Luke Wank Müller ist sicherlich nicht in Schlagdistanz auf dem dritten Platz. Das ist aber dafür Felix Arnold und er zeigt sich jetzt immer mehr. Er ist hinten dran. Er schiebt Luca Lippkau vor sich her und er wartet auf den richtigen Moment. Aber Lippkau hat es ganz schlau gemacht. Auch wenn er kurz vorbeigegangen ist, der Felix Arnold immer wieder perfekt gekontert. Und jetzt sind wir in der 14. In der 15. Von 17 Runden. Das muss er jetzt noch, wenn er siegen will, durchhalten. Da ist Felix Arnold. Jetzt ist er vorbei. Aber es kommt der Konter. Und Lippkau ist wieder auf der 1. Also Lippkau kontert. Wahnsinn. Aber jetzt ist auch Hesse dran. Jetzt ist Hesse an Arnold dran. Aber in dem Spitzentrio ist wirklich alles möglich. Da gibt es keine Prognose, wer dieses Rennen für sich entscheiden wird. Luke Wank Müller weiter auf 4. Und wenn wir aufs Tableau schauen, Wieskal an Brinkmann vorbei. Der jetzt auf Rang 6. Und Ben Wieskal auf dem fünften Rang. Lippkau ist nicht zu überholen bis hierhin. Er fährt taktisch klug, macht die Türen zu und kontert immer umgehend. Also er hat da Nerven aus Stahl. Und auch wenn Arnold, da hat er ein bisschen gerutscht. Aber keiner der Fahrer konnte daraus Profit schlagen. Lippkau auf 1. Und jetzt, da war der Fehler. Da war der Fehler. Und jetzt gehen sie beide vorbei. Da war der Fehler von Luca Lippkau. Und das bedeutet, Felix Arnold und Max Hesse sind vorbeigegangen an dem Pilot mit der Startnummer 124. Und jetzt will Hesse den Sieg. Hesse gegen Arnold. Der Kampf um den Sieg bei der DJKM. Dahinter Lippkau auf 3 und Luke Wankmüller auf dem 4. Rang. Und wir sind gespannt. Wir sehen jetzt gleich, dass die Rennleiterin Karin Medewind sich hängt das Schild hoch mit Last Lap. Sie gehen in die letzte Runde. Und Arnold gegen Hesse. Und Hesse hat uns vorhin in der Mittagspause gesagt, dass er den Sieg will. Jetzt wollen wir schauen, ob er in eine Position kommt, wo er einen sinnvollen Angriff setzen kann. Ansonsten würde ich sagen, nimm die Punkte mit. Der zweite Platz, auch ein tolles Ergebnis. Die Saison ist lang genug. Aber wenn er in die Position kommen wird, dann wird er angreifen. Und jetzt ist er dran. Hesse ist dran. Der Kampf um den ersten Platz entscheidet sich jetzt in der letzten Runde. Hesse zeigt sich. Arnold macht zu. Und er bleibt dran. Aber das wird Arnold für sich entscheiden. So er denn keinen Fehler macht. Und wir sind jetzt in der Zielanfahrt. Start, Ziel. Und der Sieg geht an Felix Arnold mit der Startnummer 144. Max Hesse zweiter, Wankmüller dritter. Lippkau dritter, Wankmüller vierter. So ist es richtig. Entschuldigung. David Brinkmann erkämpft sich einen überragenden fünften Platz zurück. Von 25 ist er ins Rennen gegangen. Auf 5. Patrizia Stalizane. Sie kommt von Platz 24 auf 8 nach vorne. Max Wiering mit Schwierigkeiten. Aber er kommt trotzdem von 21 auf Position 12 nach vorne. Leider, leider gab es ja die Kollision da mit Dorit Gattas. Deswegen findet er sich nur auf 20 wieder. Emil Dose ausgeschieden. Und Max Tüben, der Sieger des letzten Rennens. Und der Polsetter und derjenige, der hier geführt hat. Er auch nur auf Rang 22. Also da geht einiges durcheinander. Durcheinander im Sinne von Punkte. Es gibt kaum einen, der in beiden Rennen stark gepunktet hat. Außer Hesse. Er ist der Einzige, der wirklich viele Punkte geholt hat. Und dementsprechend wird er jetzt die DJKM als führender nach Genk führen. Ja, Tüben mit Problemen. Gattas mit Problemen. Also der Erste, der Vierte mit Problemen. Ben Wieskal, der Dritte, kommt am Ende auf Platz 7 nur. Und ganz im Gegenteil dazu bringt man uns Stalizane von ganz weit hinten. Bringt man auf 5 Stalizane auf 8. Tolles Racing, was die Junioren uns hier geboten haben. Riesenkompliment dafür. Das war schon außergewöhnlich. Es war alles drin. Ausfälle, Überholmanöver und der Kampf um Platz 1. Duka Lipkau hatte diesen ersten Platz inne und hat da vorne auch gefeitet. Und seinen Platz fantastisch verteidigt. Immer wieder gekontert. Nervenstark gefahren. Aber am Ende war es ein kleiner Fehler. Und Felix Arnold und danach direkt Max Hesse konnten vorbeigehen und so den Sieg sich holen. Aber nicht desto trotz. Luka Lipkau gleich bei der Siegerehrung um 15.45 Uhr. Auch auf dem Stockerl. Wir haben ein Endergebnis. Das sieht wie folgt aus. Sieger Felix Arnold für den ADAC Hessen-Thüringen e.V. Max Hesse RS Motorsport wird zweiter. Luka Lipkau für RMW auf drei. Fantastisches Rennen von den drei. Und nicht zu vergessen den Solgarn-Piloten Luke Wankmüller auf dem vierten Rang. Und wenn wir bei fantastischen Leistungen sind, dann nehmen wir den fünften mit. David Brinkmann, wie gesagt, 5.25 Uhr auf fünf deutsche Piloten auf den ersten fünf Plätzen. Die Junioren da ganz in deutscher Hand. Dann haben wir Noah Mille, den Schweden, auf sechs für JP Racing. Ben Wiskal für KSM auf sieben der Niederländer. Patricia Stadizane für TK auf Rang acht. Die deutsche Pilote, sie kam auch von Position 24 nach vorne gefahren. Dennis Kramp, der Niederländer für CAG Kayser Racing Team auf neun. Isaac Sjöfqvist, Schweden für TK auf zehn. Köse für KSM, der Türke auf Rang elf. Max Wiering, CRG Holland, der Niederländer auf Rang zwölf. Schade für Max Wiering, der ja auch sehr stark unterwegs war. Krütten für Forza auf 13. Ido Cohen für CAG Kayser Racing Team auf 14. Und für Storm Development neues Team, Mats E. Hansen der Däne auf dem 15. Platz. Jetzt kommen fünf deutsche in Folge und dreimal TR Motorsport. Nämlich Luke Raspodic, Yusuf Mugweger und Phil Hill auf den Plätzen 16, 17, 18 und dreimal TR Motorsport. 19. Platz Dino Racing AS für Kai Schubert. Und 20. Dort haben wir Doreit Gattas notiert, er startet für KSM. Daniel Pfebster, Schweden, JP Racing auf 21. CRG Holland hat Max Tübben den Niederländer auf die 22 gebracht. Allerdings war er vom Platz 1 gestartet, hat das Feld auch angeführt und dann haben wir diese Kollision gezogen. Bankston für JP auf der 21, Kolakovic für Solgat auf 24 und Dose ausgeschieden für Storm Development auf 25. Wie gesagt, immer gut unterwegs Dose, aber leider, leider hatte er dann Probleme in den Rennen und geht leer aus. Soweit die Junioren. Jetzt kann fleißig gerechnet werden und der Kollege Björn Niemann wird gleich die weiteren Fahrer vorstellen. Wieder auf der Strecke und dort sind wir dann bei der DSKM, bei der Deutschen Schaltkartenmeisterschaft zu Gast. Jetzt haben wir einen Interviewpartner hier oben bei uns. Björn wird auf der Strecke einiges zu berichten haben und dazu melden wir uns um 13.50 Uhr live aus Wackersdorf zurück. Und dann haben wir Marco Zanketta, Mike Siebeck, die wir präsentieren können. Wir haben den vierfachen DSKM-Champion Jorrit Pex. Wir haben den Kart-Weltmeister Davidi Fauré, Europameister Pex hier auch und einige, einige mehr. John Norris, Riccardo Romkämmer, alles klangvolle Namen. Andreas Fassberg, der Däne, ist auch noch am Start. Alexander Schmitz hat sich nach vorne gefahren. Also, daheim dürft ihr gespannt sein. Holt euch noch ein Kaffee, Brötchen oder was auch immer ihr wollt und dann geht's gleich los. In zehn Minuten melden wir uns wieder live aus Wackersdorf. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.